Wir sind Lea und Leo, das Beachvolleyballteam Körzinger Kunst und sind Athletes Eyewear Athleten. Und wir tragen gerade die neue Legend mit dem Fototropenglas. Das ist gerade bei solchen Wetter, wie es jetzt gerade ist. Es regnet sehr gut, um dann auf dem Beachvolleyballfeld noch eine klare Sicht zu haben. Egal ob Sand ins Gesicht kommt oder Regen. Man hat immer die perfekte Durchsicht. Wir starten auch am Ende des Jahres noch bei internationalen Finieren in Asien, wo in der Mittagszeit nicht so viel gespielt wird und eher bei Flutlicht. Und da passt sich dann die Saison wohl auch gut an. Checkt den Stand aus. Unsere Empfehlung.